Folge Nummer 17, hier bei Bioshock Unendlich. So, und wo ist... Wie heißt er? Gut, dann kommen wir später wieder. Hm, 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 hm. Verringerte Rückstoß, Magazinvergrößerung für das gute Stück. Nehmen wir mit. Für den Karabiner. Ah, Dankeschön. Und gehen direkt weiter. Oh, die Arme. Äh, gut, dann gehen wir halt nicht direkt weiter, aber wir müssen doch hier dann. Müssen wir hier nicht lang? Hm? Hm. Verdammt. Hm. Ja. Äh, ja, und jetzt? Sag mal, Elisabeth, was sollen wir machen? Finkneister, genau. Ah, Mann, ich gucke hier gerade nach Infos. Hier ist absolut gar nichts Interessantes. Ah, Großgehirn, was empfiehlst du denn? Ah, mein Gehirn sagt mir gerade, es empfiehlt, ähm, Samsung und Apple, das ist der gute alte Krieg. Hat, also mit dem 5S hat, äh, Apple einen ganz schönen Verkaufsschlager gemacht. Ich sehe im Zug und, äh, im Bus nur noch Leute mit dem iPhone rumrennen. Hat Apple was gut gemacht, aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt, äh, Samsung irgendwie besser. Ich würde, ich würde gern Apple, ne? Aber Apple ist halt erstens extremst teuer. und... Medizin-Kids. Such. Hm... 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 Nun, er sagt, haha, mein Freund, was du tust, ist unbedeutend. Freund, du bist verdammt verkauft. Und, Freund, du bist nicht... Wo müssen wir denn lang, verdammte Scheiße? Von da kommen wir ja. Ja, von hier kommen wir. Müssen wir da hoch? Aber ich sehe keine Möglichkeit, dass wir da hochkommen. Wo? Ach, da. Gut. Kein Arbeiter, gar nichts hier. Komm, auch nicht lang. Och, Mann. Was soll die Scheiße? Ich weiß grad nicht, wo lang. Sorry. Ich hab das Gefühl... Eigentlich waren wir doch hier richtig. Er sagt, wenn Showtime ist. Ja, wann... Wann ist denn Showtime? Warum können wir hier nicht weiter? So, Mist. Oh, Mann, hört... Ey, die Aufnahmen heute, die ist so beschissen einfach. Ah. Ich krieg Kopfschmerzen, ey. Nicht, weil's jetzt so anstrengend ist. Das anstrengend ist es jetzt nicht, aber irgendwie... Ich finde einfach irgendwie keine Themen. Das ist einfach scheiße, wenn ich hier die ganze Zeit spiele und nichts mache. Das ist einfach Kaka. Komm, nimm mal's mit. Ich wüsste, wo lang. Hier geht's ja auch nicht lang. Ah. Da kommen wir aber noch rein. Das sieht hier irgendwie so aus wie so ein... großer Sammelpunkt. Und hier können wir auch nirgends wo lang. Oh, Mann. Ey, Leute. Äh. Finde ich grad nicht gut. Ja. Ja. Ah, schauen. Böh. So zu vor. Wir haben genug Probleme, auch ohne, dass dieser verdammte Narr die Stadt zusammenschießt und die Schuld der Box in die Schuhe schiebt. Obwohl. Genau. Oh. Ja, da hab ich jetzt einfach mal so abgebrochen. Dann könnte er genau der sein, den wir zur Lösung unserer unmittelbaren Probleme brauchen. Was für Probleme? Löst eure Probleme selber. Hm. Schade, ich hab gedacht, ich kann da rein. Hab'n hier kein Flashlight oder sowas. Das ist nur Asche, Kohle oder so. Unwichtig. Ah. Ah. Hm. Hm? Hm. Wie bei uns war? Ein Lockchip. Entweder bin ich gerade blind. Alter, es ist so dunkel hier. Ich sehe gar nichts. Helligkeit. Neu. So. Dann ist der Shit mal hier ein bisschen... Oha, zu hell. Das war unüberlegt. Das ist ein bisschen zu hell jetzt. Grafikeinstellung mitten im LP. Also sowas mache ich eigentlich auch nicht. So ein bisschen weniger. Ja. Das dürfte passen. Ja, das passt schon eher. So mal, holt die unten oder wat? Oh. Hallo? So. So. So mal entschuldigen sie die Störung jetzt. Wir suchen Mr. Lin. Mr. Chen Lin. Ah, Shoran. Oh, halt. So, Good Time Club, Good Time, ja, da waren wir ja eben. Was ist das? Lenovo will Apple herausfordern, wie wollen die das denn bitte machen? Als ob die eine Chance gegen Apple haben. Gute Smartphones schon ab 100 Euro her, wer es glaubt. Äh. Was? Wo? Da. Huch. Habe ich was vergeloren? Da. Äh. Da waren wir ja schon, Dizer, Good Time. Hääääh. Leck mich am Sack. Scheiße. Eieieiei. Waaah. Schießt den Handyman ins Herz, um den größtmöglichen Schaden hinzuzufügen. Wo ist sein Herz? Sorry. Komm schon. Fuck. Haken. 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 Ich brauch nen Haken. Schnell. Haken. Oh. Kommt der hier hoch? Ja. Wo? Sag. Boah! Ei, ei, ei. Hüpf. Wo ist er? Da ist er. Boah! Alter, der macht ernst. Ok. Ok. Metallraben können nichts wirklich machen. Metall. Moment. Alter. Elektro-Bolt. Wo ist der Gute? Ach, Mann. Ich hab kaum noch Muni. Alter. Mann, ich kann nicht mal in Ruhe zielen. Ja. Gib. Ah. Gut. Wir haben Salze ohne Ende. Boah. Au. Keine Ahnung, wie du durch die Wand... Geworfen hast du, aber okay. Och, ey. Jetzt wird's brenzlig. Lauf, 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 lauf. Oh, fuck. Ich brauch dringend was zu... Ich brauch dringend Gesundheit. Einschlag und ich bin weg. Liegt hier irgendwo was? Hilfe! Oh. Nein! Nein! Ich kann Sie nicht leiden, Mr. DeWitt. Boah. Man. Danke. Boah. Drehsack. Mann, 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 Mann. Hm. Fußball, Politik, Wirtschaft. Technik. Was gibt's Neues bei der Technik? Sieht die, wo einer gar nicht merkt, dass er getestet wird. Hahaha. Aber ich hab Sie seit dieser Verlosung da neulich beobachtet. Hahaha. Sie sind ein harter Hund. Und in solchen Zeiten brauche ich so einen wiesigen. Was wollen Sie denn? Tja, es droht ein Aufstand im Wind. Hahaha. Tja. Fitzroy hat die Wilden aufgewiegelt. Da hätte einer wie ich schon Verwendung für einen alten Pinker-Mann wie Sie. Suchen wir Chen Lin und dann nichts wie weg. Also. Ich verlange nur, dass Sie die Sache zu Ende bringen, DeWitt. Wir wollen die anderen Bewerber nicht enttäuschen. Unser erster Kandidat ist ein Veteran aus Peking. Was sagt man doch gleich über alte Soldaten? Hahaha. Also, ich setze auf Sie. Er ist ein alter Hase im Umgang mit Sprengstoff. Der Einzige, den ich kenne, der dann mein... Hahaha. Keine Glingsmaß verloren hat. Hahaha. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, Abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst. Und, was du anschließt. Dann können wir uns dann mit den Hase im Kontakt. Und da die Hase im Hintergrund. Und da die Hase. 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 Vielen Dank.